Was geht ab Homeboys? Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Das ist hier die Auflösung vom Gewinnspiel, wie ihr sicherlich schon im Titel sehen könnt. Und ob ihr einer der glücklichen Gewinner seid, das seht ihr natürlich nach dem Intro. Also eigentlich wollte ich das Gewinnspiel ja bis zum 30.04. laufen lassen. Da es aber ein Gewinnspiel war und ich mir das eigentlich schon hätte vorher überlegen müssen, waren die 100 Zahlen innerhalb von drei Tagen ungefähr weg. Also alle, die danach noch kommentiert haben, es tut mir sehr leid. Das habe ich aber auch alles kommentiert, dass die Zahlen schon weg sind. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal an den PC und generieren mal eine Zahl und mal gucken, ob ihr einer der glücklichen Gewinner seid. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Dann gehen wir mal hier nach Google Chrome und geben mal hier Zufallsgenerator ein. Generator. So. Da muss ich noch Zahlen dahinter eingeben. Generator für Zahlen. Da habe ich mal hier einen rausgesucht. Menge der Zufallzahlen. Eine. Mindestwert. Eins. Höchstwert. Ein. Hundert. So. Ich werde jetzt nicht zum Monitor gucken und ein paar Mal einfach so drauf drücken. Und werde dann wieder hingucken. Und die Zahl, die dann da steht, die hat dann die Maus gewonnen. Es sind ja alle Zahlen vergeben worden. Deswegen. Das dürfte reichen. 32. Wollen wir mal gucken hier, wer bei dem Video 32 kommentiert hat. Ich mache einfach hier die Suche-Funktion. Drei. Zwei. Die 32 ist hier schon mal nicht bei. Taichi. 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 Sieht so aus, als hätte Taichi die 32. Taichi, du bist dabei. 32, falls 30 schon vergeben ist. Muss ich erstmal gucken. Ob hier noch irgendjemand die 32 geschrieben hat. Sieht aber nicht so aus. Ich gehe mal auf seinen Kanal. Taichi. Project X2. Äh. Sieht ja ganz nett aus. Taichi. Dann würde ich sagen, schreib mir doch einfach eine persönliche Nachricht. Oder ich schreibe dich an. Du hast gewonnen. Also die Maus schicke ich dir dann zu. Wenn du mir per persönliche Nachricht deine... Oder warte, ich schicke mal eben hier eine Nachricht. So, damit man das auch sehen kann, dass ich dich jetzt anschreibe. Hey, du hast die Maus gewonnen. M.F.G. Senden. So, ich würde mal sagen, äh, bei den nächsten 1000 Abonnenten, also bei 2000, gibt es wieder ein Gewinnspiel. Was muss ich mir dann noch überlegen, aber ich schätze mal, dass es diesmal etwas teuer wird. Äh, ein Headset oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, äh, danke, dass ihr mitgemacht habt. Tut mir natürlich leid für die, die nicht gewonnen haben. Aber, äh, der Taichi, der hat hier die richtige Zahl ausgewählt. Ich hoffe, ich spreche den Namen hier richtig aus. Tja, ähm, an dich Taichi natürlich herzlichen Glückwunsch. Äh, und an alle anderen. Äh, tut mir leid, wenn es nicht geklappt hat. Äh, vielleicht beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.